Ich glaube, wir gewinnen die Runde und sie geben uns einfach das Geld. Super Idee. Es ist einfach einfach. Ich glaube, es ist aber auch schwierig, wenn man nebenbei was spielt, oder? Ich weiß es nicht. Es ist zumindest recht ruhig, aber man kriegt ja eigentlich kaum was mit. Oder irre ich mich da? Ja, vielleicht bin ich da auch einfach nur nicht Multitasking gut genug. Also, ja, bei textlastigen Spielen, finde ich eigentlich, kann man eigentlich nicht wirklich was nebenbei machen. Also, zumindest wenn man was mitbekommen will, oder was mal so. Ach, du kennst den Anfang, ja. Okay. Hast du das Spiel auch schon durch, oder? Nur bis zu einem gewissen Grad gespielt. Hallo Yoshi! Ja, hallo, auch von meiner Seite. Nur bis zum Teil, okay? Mhm. Wow, wow! Ich denke, dieser Mann will meine Augenbäle essen. Ich glaube, dass er meine Augenbäle essen möchte. Die Augenbäle essen! Gut für den Frickaschen! Okay, dann. Ich habe mich nicht mehr. Mein Stuhl, Bugge! Wir werden die Gehäste! Nein, 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 nein! Du hast alles falsch gemacht. Wir haben nichts gemacht. Wir haben nichts gemacht. Wir haben nichts gemacht. Wenn du ihn mitbekommen will, dann wird er nicht mehr Geld bekommen. Oh, ja, sicher, ich werde. Felix kann überprüfen alle Lücke. Er wird dein Kuss öffnen, schneller als dieser Mann kann deine Lippen essen. Aber er kann nicht die Bombe entfernen. Sink zu meiner Bio-Signatur. Bombe? Es gibt eine Bombe im Kuss? Lass mich gehen! Stopp! Halt, Bart, Psycho! Bam! Meet-Buddy's right now! Der Frothesie! Und wir haben einen neuen Kumpel! Psycho-Psycho! Die Pandorans sind alle verrückt! Du kennst das, oder? Fahrer, Fahrer! Fahrer, Fahrer, Fahrer! Erinnere mich ein bisschen an Mad Max, den Fury Road, den neuesten. Ja! Schön. Äh, hattest du heute deine erste Einflussvorgang? Wie war's denn? Das sieht ziemlich gefährlich. Reif, komm! Reif, komm! Die Psycho-Maske ist... Ey, das ist genau richtig viel Mad Max! Slide, komm! Live, go! Na! Maniacs, Degenerate and Scondogs! It's time for what you've been waiting for! The first Monero and King! Killed die wieder! Ja, das ist nicht! Witzig! Was ist der letzte Monero? Ja, das hätte ich... Was ist der letzte Monero? Was ist der letzte Monero? Ja, das hätte ich... ...dann alle jungen. Ja, ich mag das wirklich nicht! WONDER! WONDER! ZERO! Actually... The last Freak staffing still gets the mystery box! But whoever kills that guy... ...gift 20 G's... ...cold hard cash! BAM! I'm gonna throw you upside the head! Shrash it up its... ...and destroy your corpse! You plastic ninja freak! M-m-m! Okay, let's go! Come on! Ei, 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 ei! Action! Spannung! Und ein Psycho! BAM! Ja, Mann, gut, dass wir ihr den Stick gegeben haben! Mhm! Oh, ja! Schlagfertig, die Kleine! Yoshi scheinbar ist gleich an! Äh... We have to get out of here! I'm open to ideas! It's gotta be an event! Yes! She can send a loader bot! Vasquez! Hello! Oh! You sound different! Vasquez! Is that your boss? I don't really don't have time! And I'll make this fast! I know about the bombs! John! Okay! I know! So now we've got this problem! A lot of Hyperion chenders! Get off the phone, Ries! Look! No one else up here needs to know about this little move! Alright? So you bring back the money! And... I'll tell you one! I'll give you your old job back! Before the jenders... The respectable job! Well, just have to blame the whole thing on your buddy Vaughn! Okay? Ah, ne, das kann ich nicht! Ich kann kein Befälter sein! Ah, okay! Hell yeah! That's just adorable! That just warms the cockles! But I got a feelin' you're gonna wanna hear what I'm offerin' first! This... Tony Stark! Cool bulls! Cool bulls! Cool bulls! Hyperion will want my dick in his sling! So... Get your cybernetic Greer up here with the money and I'll split it with you fifty-six! 5 million? Oh! We're making a really good arse! Oh! 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 Eh!" Ah,ähän eh, gick! Oh! Oh,Эcks! Oh! Oh! Eh, guidance! Die eine Hälfte haben wir. Das ist doch die halbe Miete. Bäm! Hat er jetzt meinen Stick? Ich hoffe nicht. Der war wichtig. Was würden wir nur ohne den machen? Ja. Das ist wie bei... Jenny spielt auf TTKB-TV Soma, das Horrorspiel. Der ist hier mit einem Feuerlöscher hingelaufen. Und sie war ganz schön traurig, als sie sie verloren hat. Sowas ist richtig. Man braucht so einen Gegenstand. Geh. Los, kotzt unser... Dings wieder aus. Ja, jetzt nehmen wir sein Schwert. Jetzt geht's los. Sehr gut. Jawoll! Und du bist... Äh, voll mit Blut und Gedämen. Du hast ihn getroffen. Wo ist er? Uh, sehr netter Effekt. Tja, wo ist das Geld? Da! Komm, wir müssen... Hallo, Zero. Danke. Ja, das Spiel ist nicht gerade zimperlich. Nee, aber es ist Borderlands ja auch nicht. Richtig, ja. Jetzt sind wir wieder dran. Oh, schöne Überleitung. Muss man sagen. Jesus! Fußrude, Alter! Was kennt er? Was kennt er? Hände da. Bäm! Ich habe das Kuss gesehen! Was? Das Geld! Es ist auf dem Weg! Das Ding ist einfach wieder, oder was? Na, was machen wir? Oha! Was ist das? Ich kann nur riechen! Lauf! Lauf! Oh, jetzt wird er hier. Unser Accountant wird jetzt ziemlich gut. Sie werden nie auf dem Planeten aufhören, nicht wahr? Oh Gott! Komm! Das ist unser Unterfreund weg! Nein, erst mal ihm helfen! So, und dann! Nein, wir müssen dir helfen! Was ist ein Danke? Was ist ein Danke? Ja, danke! Danke! Sorry! Ich bin schon fertig! Ja! Fiona! Was hast du noch erwartet? Verdammt! Oh mein Gott! Oho! Oh! Oh, ich schreibe diesen Stein! Du wirst aufbauen! Nein! BAM! Ich werde dich zu töten, Mann. Ich werde dich zu töten, Mann. Oh, der wird ja entweder verrückt oder ein Held. Eins von beiden. Vielleicht auch beide. Vielleicht auch beide. Notage und all den Türen. Ja, das wäre super, ja. Glück gleich. Wie gesagt, das ist gerade echt spannend. Ich werde gleich nochmal den Rest lesen. Auch von Yoshi. Von dem werde ich dir auch nochmal das lesen. Aber es geht gerade echt schwierig. Es ist gerade echt spannend. Bei den ganzen Quicktime Events und sowas. Ich bin gerade aufgefäsent. Das ist gerade echt cool. Ja. Das ist gerade richtig cool, die Sequenz. Äh, da draufhauen. Damit alle umhauen. Yeah. Oh. 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 Das wird interessant. Oh. Das Ding gerät ein bisschen außer Kontrolle. Aber unser guter Vaughn hat es im Griff. Der Badass. Der Badass. Der war klar, dass er sich trinkt. Ein Lauf und Sauf machen. Bei jedem Tod etwas trinken. Oh. Oh. Das ist eine super Idee, glaube ich. Da kommt man aber nicht weit. Ich werde dich töten, bis du davon stirbst. Und. Ich greife ihn dir. Ah. Oder Zero macht. Ach. Der President. Der tut muss keiner werfen. Auch. аш. Oh. Nein. das Geld. Nein, der Psycho. Ja, und unser Mann holts. Der übrigens angeschossen wurde. Ich weiß gar nicht, der ist noch nicht so richtig wieder gesund eigentlich, oder? Er war ja keine Mega-Heilung hier. Aber schön, dass er mit dabei ist. Oh, warte, warte, warte. Ich sehe es nicht, da... Springen! Was mit Vaughn? Wo ist Vaughn? Wir müssen Vaughn helfen. Unserem neuen Kumpel. Den wir auch nicht, äh... Äh, äh, Hintergang haben. Fieger, genau. Das ist richtig, das ist mein Name. Thanks. Okay. Muss sein, irgendwas ist doch mit ihm. Aber ist das nicht ihr Papa quasi? Also ihr Quasi-Papa? Mhm. Siehste. Das ist gut wahr. Ich hoffe, dass ihr einen Tag einverstanden habt. Vielleicht... Du wirst es sogar in deinem Herz finden, um mich zu vergeben. Felix? Felix! Ja, die einzigen, dachte ich mir, die einzigen, die bashen muss, sind Q und E. Das habe ich mir schon gedacht. Äh, Tipp, äh, warte mal. Geht, verdammt! Geht immer noch weiter. Ähm, also ziemlich viel auf einmal. Hatte auch wenig gepennt. Morgen, oh, warte mal. Uh, got the case. Ja, wir sind noch zu angeschlagen. Mein erster, ich bin morgen erster Studientag, aber wird interessant. Das freut mich, dass es dir bis jetzt gefällt, Yoshi. Was scheinst du denn überhaupt? Das ist der einzige Weg, um dich zu verstehen. Was? Was? Wir haben ja nichts mehr, ich hätte nicht nehmen sollen. Ich habe nichts mehr, ich habe dir für dich. Oder deine Freundin. Das ist... ... ein finales Geschenk. Ich werde mich nicht mehr verletzen, um... Was ist ein loader Skat-Shit? Ich erhebe das. Du denkst? Felix! Das muss aber normal sein. Okay. Oh, oh. Okay. Felix! Es ist Bobby Trapp! Oh nein! Also die ganz nette. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt auch hätten verhindern können. Aber da ja irgendwie 98% trotzdem noch was zu demselben führt. Ist auf Konsole rausgekommen. Au! Und? Oh! My Wofu! My Wofu! Haha, smiley. Ich... really 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 Wirklich, wirklich, wirklich... Ich schaue dich! Es ist eine Sache in deinem Körper. Tch, ha, ha, ha. Wie bist du nicht tot? Ah, ha, 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 ha. Geiler Typ. Einfach nur geiler Typ. Was? Ah, okay. Okay. Also Zero ist genial. Einfach nur, Bandit Lord, we have to worry about. Da ist viel Zeit für Sweatin' später. Once you come back to me for your reward...